Der Bundesliga hat drei der letzten vier Auswärtsspiele gewonnen, übrigens, also Rosbergs Stärke und Tammer jetzt schon auch unterstreichen. Und die Bundesliga aufzusteigen. Jawohl! Ole! Ole! Ole, ole, ole! 18.036! F.D.H. Ole, ole, ole! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! 146 FTA ULLE ALLE! Es wird der Werks Nummer 1 für den FCH sind wir immer da! Wir sind aus Heidelheim! Es wird der Werks Nummer 1 für den FCH sind wir immer da! Das Spiel ist jetzt geradeaus, was sagt ihr zum Spiel? Wir sind stolz drauf! Stolz? War schon stolz! Die erste 25 Minuten waren es schon echt besser! Rajita boppt stark vorne! Und dann am Ende halt ein bisschen überraschend würde ich jetzt sagen! Aber letztendlich geiles Spiel trotzdem! Hinspiel wie Rückspiel! Und hey! Sich so als 2-ligisch zu präsentieren und den Bremen sogar zu zwingen auf ein bisschen Zeit zu spielen! Ich muss es so sagen! Aber sich das erstmal als 2-ligisch zu geben! Sowas zu schaffen! An Erstligischen so eigentlich hin rein zu reden! Dann muss man einfach sagen! A146! MCH! Ole! 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 A146! Ole! 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 Geh, 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 Geh! Achtung, Zechạn Brustling! FDR, UT, OT! Galalo, 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 Galalo! BOAT치, Zech80 Brustling! Wir haben so einfach. Zwei Spiele und keines verloren. Trotzdem haben wir die Sensation nicht schon geschafft. Es tut unglaublich weh. Trotzdem ist es aber schön, wenn ihr da seid. Welt. Das hilft uns natürlich am heutigen Abend. Ihr wisst genau, wir sind ein Verein, der immer zusammensteht. Deswegen wird es bei uns nie, nie einen geben oder so, den wir für irgendwer vorne durch machen. Wir sind alle zusammen und das haben es nach oben gebracht. Und das werden wir nächstes Jahr alle zusammen wieder machen. Ich hoffe einfach, dass ihr in der neuen Saison mit dem Stadion dabei sein könnt, uns nach vorne schreien könnt. Wir werden jeden Meter beackern und wie gesagt, wir schauen ab morgen, übermorgen wieder nach vorne, dann gehen wir das zusammen an. Heute brauchen wir noch ein bisschen, aber danke, dass ihr hier seid und uns ein bisschen trotzdem nach dem Ergebnis oder nach dem Ausgang uns ein bisschen eine gute Stimmung gebt. Achtung, Bombe! Deswegen kann man nur sagen, wie der Spieler der nächste Jahr dabei ist und wenn ihr dabei seid, dann werden wir, egal was kommt, egal ob Siegerniederlage, wir bleiben immer zusammen und das hat uns stark gemacht. Danke!